Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir können ja ein bisschen mehr bauen. Also, schauen wir mal hier. Den brauchen wir. Kochdrüsen, das bedeutet. Und Baumwanzenbrocken. Das stelle ich mir echt ein bisschen schwierig auch vor, weil für die Gasmaske brauche ich nämlich auch Baumwanzenbrocken. Ob ich das machen soll, habe ich immer noch keine Ahnung. So, hierfür brauche ich Blütenblätter, die es nicht gibt. Die fallen nicht mehr einfach so runter. Und wie ich da rankomme, kein Plan. Also zur Zeit noch nicht. So, dann gehen wir hier nochmal hin. So, Insektenaxt. Bombardierkäferbrocken. Das bedeutet, wir müssten eigentlich Bombardierkäfer. Jagen, ne? Irgendwie. Wie sieht sie denn überhaupt aus mit der Ameisenröste? Jetzt, im Moment haben wir die Eichelgesichtsmaske. Die hat so eins und so ein bisschen. Und Ameisen kann ich mir noch gar nicht herstellen. Oder wie, doch da. Äh, eins und ein bisschen. Okay, wäre also genauso gut. Ne, ist schlechter. Was könnte man denn machen, wenn wir die hätten? Wir könnten besser bauen. Müssen wir die jetzt bauen? Können wir die bauen? Ne, machen wir noch nicht. Wir schauen mal. Wir holen uns mal alles mit, was wir für, ähm... Wie sagst du mir? Für ein Zelt brauchen. Ne, das ist doch da, oder? So. Ja. Drei Klebhalter, zwei Sprösslinge. Drei Kleblätter und zwei Sprösslinge. Eins, zwei Sprösslinge und drei Kleblätter. Eins, zwei... Fünf Kleblätter. Sollte reichen. Immer noch Sprösslinge dazu. Und dann... Bauen wir uns mal da hinten, so am Haus, ne? Ach, ne. Die geben ja so auf die Nisse, ey. Jetzt hab's Essen vergessen mitzunehmen. Na, egal, jetzt. Habe ich noch was? Ja. Einen kleinen... Weasel hätte ich noch. Hm, wir gehen da rum. Das Problem ist... Die sind bestimmt auch stärker geworden. Denke ich mal so. Komm, dann erkunden wir den noch schnell. Ah, ja. Ja, wir müssen da hin. Äh. So geht's. Nicht irgendwo in Kampf einlassen. Wenn's geht. So. So. Hier waren immer Bombardierkäfer. Ja, ja. Gut. Seh' ich, oh nein. Ich seh' schon einen. Ich seh' mehrere. Ich seh' mehrere. Die Frage ist... Wurden die jetzt umprogrammiert, dass die hier hochkommen können? Schwierige Frage, ne? Ja, schwierige Frage, ne? Quatsch. Komm her. Kommen sie näher, kommen sie ran. Pizza rum. Skatas. Da. Ja... Ja... Oh... Ja... Ja. Ja... Ja. Ja, ja. Jetzt habe ich zwei angeschossen, oder? Ja, habe ich. Gehen die mir auf die Nöse. Komm schon. Komm ran. Junge, Junge. Oh, einen hätte ich. Wird wohl nicht reichen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. jetzt wird er gierig also ich jetzt aber nix wie weg schon ganz schön hoch schießen schnell weg jetzt 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 ja spannung liegt in der luft na treffe ich den nicht jetzt erst mal pfeile sammeln jesus was habe ich denn jetzt habe ich nicht aufgepasst erst mal heilen und pfeile einsammeln was essen ja das ist einer der wenigen spots wo es die überhaupt noch gibt wenn ich mich nicht verguckt habe gibt es nämlich oben am stein oder mal dabei auch mal zwei die sind nicht mehr da da ist jetzt so ein infizierter marienkäfer ja deshalb ist jetzt nicht so einfach so bombardierkäfer zu farmen wie in Staffel 1 Staffel 1 was äh bisschen gechillter so wie viel haben wir denn jetzt nochmal 32 es waren 60 ne es waren genau 16 ne es waren 61 ne es waren 62 einen hatte ich verloren so 43 ja klar jetzt renne ich dem genau in die armen 6 hin 3 5 5 4 6 5 was sollte doch jetzt reichen oder ganz ohne pfeile 49 10 pfeiler verschwendet immer die rumliegen aber egal ja nicht egal aber jetzt unser bombardierkäferbrocken sieben stück immer genau zu sein und eine kochtröse 3 3 3 ist gut jeder spinnlein in einander wand ja ich glaube schon wir müssen doch hier chillen bist du zu hause ist zu hause wo habe ich denn da rein geschossen wir brauchen nämlich spinnen fangen um den bogen zu machen und zwar genau zwei was mit dem essen nervt immer noch ich kenne nicht immer maden ausbuddeln gehen um was zu essen zu haben oder aber wenn das hier klappt war das doch eine erfolgreiche tour würde ich mal sagen wir können uns nur kein marienkäfer aus preinzer egal was machen und das nervt nicht nur ein bisschen das nervt ganz schön guck dich mal das eine feine wieder am start 48 was der lichter drunter daran komme ich daran 49 ja doch das war doch was und jetzt aber nix werden wie nach hause dass ich mir so ruhig bin wenn es ans campen geht klar dann bin ich so angespannt da kann ich nicht noch reden bei an dich aber dann kann ich mich nicht richtig konzentrieren oh ja steinhaufen gipfel ich hätte jetzt gerne eine marienkäfer rüstung an das war ja klar bist du oben gucken ob ich rankommen was zu essen guckt es euch an hier die snacken hier alles weg alles komplett ich nicht gut so zwei braten die sind dann noch relativ gut so spinnenbrücken kommen hierin knatterfuze kommt hierin dich muss ich noch braten obwohl das kann ich morgen früh machen dann wollte ich gucken mit bauen 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 die kieselachst vier seiden seiler die väter noch da noch ist da vier seiden weil man 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 hier 18 das wird das wird funktionieren oder wie herstellen nicht analysiert wie nicht analysiert beiden seil ist nicht analysiert natürlich seiden sei nicht analysiert hallo will das ja herstellen ach muss ich das ding bauen ach komm jetzt spiel das kann ich noch nicht bauen oder doch kann ich saft ameisenbrocken ton ich ton ich würde mal ich würde mal ich würde mal hier so ein ding hinstellen pauschal irgendwo hier so so das seile kappen nehme ich auch mal mit so noch ein seil vier ameisen kroppen und ton vier ameisenbrocken mit rechtsklick geht auch nicht ne vier ameisenbrocken und ton ja ein grobes sein ein grobes sein 3 bevor die feder verschwindet so ähm jetzt jetzt geht's mir nicht schnell genug herstellen äh nehmen die 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 ein grobes sein fließen ein ballern und so jetzt mach hin hin nehmen nein das ist doch nicht wahr na dann bis morgen und tschüss bis 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 Vielen Dank.